Musik Die wundersame Geschichte einer Supermarktverkäuferin mit Waschzwang. In der Rolle der Eliza Doolittle Annette Bokler, Ralf Buff als Professor Higgins und Lisa Melzbach als Dr. Pia Pickering. Im Mittelpunkt eine Wette. Ich wette mit dir. Um die gesamten Kosten des Experimentwettes, dass ich es nicht schaffe. Pickering, ich akzeptiere. Ein Film- und Theaterprojekt der Zwiebel für Spielleute. Unter der Leitung von Tatjana Trommershäuser. Wird Professor Higgins Phonetiktherapie Erfolg haben? Wird Wasser Wird Wasser Vielen Dank.